Hallo und herzlich willkommen zu Jedi Fallen Order. Wir müssen erstmal zu unserem Schiff zurück, bevor wir weitermachen. Also, was ist das denn? Oh, du schon wieder. Die Person hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Oh, okay. Entdeckung von Datumir. Mein Freund, ich habe kürzlich erfahren, dass Zephu an Datumir interessiert war. Neu ist das merkwürdig, was so jetzt. Das hat er uns ja gerade gesagt. Äh, was ist das jetzt? Ein neuer Ort. Hm. Verblasstes Wandbild, ein verblasstes Wandbild, um unweit des Zephu-Gewäubels auf Bongos. Es stellt höchstwahrscheinlich einen Planeten dar, ist aber zu stark beschädigt, um genau was zu erkennen. Alright, alright, alright. Können wir das öffnen? So, ja. Ja, abganzu verschalten. Oh, sweet, baby G. Zurückwärts schneller gehen. Okay, zurückwärts schneller gehen mit dem Running on the Wall. Running on the Wall. Jumping on the Wall. Running on the Wall. Okay. Wie gesagt, heute wollen wir uns ja ein, äh, nicht neues Laserschwert holen, aber ein neues Laserschwert. Deswegen müssen wir aber erst mal zum Schiff zurück, dann müssen wir nämlich auf einen Planeten einen Abstecher machen, den wir bis jetzt nicht besuchen können. Nicht hier, äh, wie? Äh, da längs, hier längs, da längs, dort längs. Da ist noch eine Kiste. Äh, du fuck. How do I come, äh, hier rüber? Muss ich wirklich mit der Seilbahn runter. Oder ich hab keinen Plan. Aber wahrscheinlich. Uuuuui. Oh my god. Oh ja. Oh ja. Okay. Alright. Alright, alright, alright. Das war ja relativ einfach an der Stelle. Okay, wir sind wieder da, Leute. Wir haben es geschafft. Easy peasy lemon squeezy, würde ich sagen. What the fuck, mate? Wo gehst du denn lang? Ja, wo, willst du, willst du irgendwie scannen wieder? Ich sehe es mir an. Ja, aber wieder mal scannen, ne? Man kennt den guten BD1 Bockling Gang. Bockling Gänge verbinden verschiedene Nester und sind ein natürlicher Schutz vor Fressfeinden. Bocklinge können täglich 5 Meter weit graben. Sie arbeiten in Hecheln und großen Rudeln zusammen und verbringen etwa ein Drittel ihres Lebens mit dem Bau ihrer komplexen, des komplexesten Gänningsystems. Mit 5 Meter pro, äh, 5 Meter pro Tag. Nicht besonders weit, oder? Ich denke mal Maulwürfe und so schaffen bestimmt mehr, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber es ist okay. Hallo. Hallo. Hallo da. Ihr wusstet von BD1? Komm an Bord. Wir reden drin. Ah, du bist so ein kleines Schlitzohr. BD1, das ist Grease. Hey Grease. Was ist das? BD1. Runter von meinem Sofa, runter. Von meinem Sofa. Geh weg, geh weg. Raus hier. Das ist BD1. Einer von uns hier. Egal zu wem er gehört. Hast du ne Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Botoli-Gewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kel. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sefo. Ein Jedi namens Eno Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Oh, chill. Ein Holokron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Droiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Vorgano. Halt, Moment mal, Moment mal. Ein Holo, was? Holokron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich hab eins hier. Einfach so rumliegen? Achso. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Oh. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holokron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planetendatum mir gesagt und über eine Seppo-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Dazu, bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Sind dabei. Datumir oder Seppo, du hast die Wahl. Ich weiß ganz genau, wo ich hingehe, Leute. Ich weiß ganz genau, wo ich hingehe. Mehrere Einträge verfügbar. Okay. Kapitel 1, die Reise im Wind kennen wir, glaube ich, schon. Kapitel 2. Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Nachdem sie erklärt hatte... Äh, was? Nachdem sie erklärt hatte, die Macht nicht mehr zu nutzen, schickte Zerikal ein altes Gewölbe. So. Es ist früh am Morgen, Leute. Das ist immer nett. Unterwegs traf Kale einen freundlichen Druiden namens BD-1, der sich ihm anschloss. Auf ihrer Reise nahm Kale Verbindung zur Macht auf und erinnert sie sich an seinen Wandläuferfähigkeiten. Im Inneren des Gewölbes projizierte BD eine Botschaft von Master Enko Kadova. Dieser beschrieb, wie ein Holocom in der Liste machtbegabter Kinder versteckte, um es zu bergen. Muskal, die Gräber von drei Zeppo verjagen. Ja, unsere Geschichte. Okay, man. Okay. Ist aber völlig egal. Denn wir wollen ja nicht nach Zeppo. Sehen wir es uns an. Piep, piep. Wir wollen nicht nach Zeppo. Wir wollen nach Datumir. Yeah. Äh, hallo? Ich möchte da gerne hin. Yes. Da gibt es nämlich was extra Schickes. Moment, ich soll nach Datumir? Yes. Kadova ist dort gewesen. Er hatte sicher gute Gründe. Ich bleibe auf der Mantis, wenn wir dort sind. Rotes Sonnenlicht ist schlecht für meine Haut. Dieser Ort war einst die Heimat einer starken Gruppe von Machtnutzern, der Schwestern der Nacht. Sie nutzten die Macht? So wie die Jedi? Nein. Diese Hexen duchten nur sich selbst. Ihre Kräfte fußten auf Täuschung, Illusion, Manipulation. Ja, so wie Sith. Klingt wie jemand, den ich mal kannte. Während der Klonkriege wurden die Schwestern der Nacht von einem Sith Lord hintergangen. Und am Ende war eine Massaker fast ausgerottet. Datumir ist tödlich. Wir müssen aufpassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Easy, buddy. Die Schwestern der Nacht von Datumir waren ein Zirkel aus mächtigen Machtbegaben. Dass der Magie, einen, den Jedi und Sith unbekannte Manifestationen der Macht geschickt einzusetzen, wussten, hätten sie lange Zeit über Datumir geherrscht. Mit der strengen matriarchischen Gesellschaft der Schwestern der Nacht gab es einen Zirkel, der einem Mutter unterstellt war, der auch über die untergeordneten Klassen der Brüder der Nacht herrschte. Ihre Zivilisation wurde aus Anordnung von Count... What the fuck? Count Dooku schon wieder? Das ist ein unfreundlicher Dude. Nach Palpatine ist, glaube ich, der Schlimmste, von dem wir das meiste wissen. Nachdem Asia Ventress und ihre Schwestern versucht hatten, ihn zu ermordnen. Alles klar. Klingt ein bisschen wie Adia, ich sehe da, aber okay. Wir erreichen in Kürze unser düsteres Ziel. Setz dich hin, Kleiner. Alles klar, Chef. Hallöchen. Weiß nicht, ob diese riesigen Flügel am Schiff so designtechnisch oder ob das so wirklich praktikabel ist. Ja, Vorsicht, Schmorsicht, sage ich immer, ne? Vorsicht, Schmorsicht, sage ich immer, ne? Was soll schon passieren? Ich meine, ganz ehrlich, wir sind auf Datumir. Ja, es ist schön, es ist, es ist, es sieht aus wie Australien. Würde, seien wir ganz ehrlich, es sieht aus wie Australien. Es brennt zwar nicht die ganze Zeit. Echte Grip. Aber, okay. Ja, das wäre unangenehm gewesen. Aber, ähm. Da, wo, mei. Es sieht nicht freundlich aus. So richtig. Hi, bye. Ähm, ja. Aber Datumir ist, glaube ich, einfach Australien, würde ich sagen. Okay, ich bin gespannt, was mich hier erwartet, ne? Waren mich hier alle davor. Aber. Äh. Kann ich mich einfach an dem Vorbeisneken? Ich weiß ungefähr. Uh. Ich weiß ungefähr. Naja, okay, ich weiß nicht, wo wir langen müssen. Ich weiß aber, wenn ich irgendwas. Wow. Wenn ich einen bestimmten Wegpunkt sehe. Ja, hallo. Guten Abend. Kann ich Ihnen helfen? Aua. Unangenehm. Ich hab ein Laserschwert. Was haben Sie? Nix. Oh, wow. Der fährt mich nochmal an, wenn er besiegt ist. Gibt es da noch mehr? I don't know. Aber der wollte das wahrscheinlich scannen, ne? Scanning. Incoming. Was? Fluchrückenspinne. Gott, diese deutschen Wörter sind alle so lang. Kann Fernangriffe mit giftigem Stachel ausführen, sondern hat nach dem Tod eine toxische Säureabwehr. Das haben wir erfahren, das war sehr nett an der Stelle. Die heimtückische Bluchrückenspinne ist aufgrund ihres Giftes ein nicht zu unterschätzender Gegner. Ihr bevorzugt in Erdlöchern ist aber ausgesprochen flink und eine geschickte Kletterin. Wie sie sich bedroht, kann sie giftigen Speichel auf bis zu zwölf Meter entfernte Gegner speien. Wird sie getötet, ist Vorsicht geboten, da sie nach ihrem Tod eine toxische Säure absondert. Hast du was? Sag doch. Einfach Australien. Was ist hier noch zum Scannen? Ein Seil. Bestattungskapseln. Bestattungskapseln waren ein wichtiger Teil der Bestattungsschriften der Schwester der Nacht. Die Vorbereitung der einzelnen Komponenten einer Kapsel war ein mühevolles Unterfangen. Die Stofftücher wurden dreimal in magischem Wasser gewaschen, der Zwirn handgeflochten und mit einem Schutzzauber belegt, während der Leichner mit duftenden Öl beizerniert wurde. Okay. Also ein bisschen wie bei den Ägyptern. I guess. Hier können wir langlaufen und dann springen und dann easy body boys. Shit. Okay. Ah fuck. Okay. Alright, alright, alright. Weg, 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 weg. Man kennt das. Okay, bis jetzt ist okay. Bis jetzt ist okay. Okay, okay. Alright, alright, okay. Nicht einfach, aber okay, würde ich sagen, Leute. Nicht einfach, aber okay. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wo ich langen muss. Ist das ein größeres Vieh oder ist das? Let's find out, I guess. Boah. Nutzt ihr die Macht, junger Padawan. Und du bist dich. Mit gernem Meditationsspot, ehrlich gesagt. Und ich hätte auch gern diese Küste da hinten. Okay. Okay. Open it up. Aber, äh ja. Aber die Belohnung, die wir hier kriegen, ist auf jeden Fall wert. Naja, BD1 skin. Belohnung wird es auf jeden Fall wert sein. Das kann ich euch schon mal versprechen, Leute. Das und alles wieder wettmachen. Oh wow, das sind noch mehr. Hi. Macht. Okay. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich kann den auch nicht blocken. Oh wow. Oh, wow. Und wir sind wieder back im Business, Leute. Wir sind wieder back im Business. ist alles klar ihr dreckigen spinnen dachtet wo ihr könnt mich erledigen aber nein so leicht ist es nicht ist abkürzung ist abkürzung wir sind wenn auch ein machtkreis gewesen wo ich meditieren kann wahrscheinlich nicht aber wir können ja trotzdem zurückgehen und muss ja der machtkreis sein oder also aber ich weiß nicht ob ich einen fähigkeitspunkt habe ich glaube nicht ok dann gehen wir einfach mal weiter was es hier noch so gibt wie gesagt wir haben ja noch nicht gefunden was wir suchen ich glaube das dauert auch noch eine meile bis wir das gefunden haben was hast du nicht schon wieder bd1 willst du alles kennen das bd1 hat bock unheilvolle statu eine daten kann ok dann können nicht gefunden werden ok ich bin gespannt leute ich bin gespannt show me what you got ok up here was machst du hier was deine schwester der nachtse ich dachte ihr werdet alle nicht alle datum ist für dich verboten los verschwende ja das geht leider nicht aber das geht leider nicht aber ich bin nicht dein freund dein handeln etwas anders warte ich bin nicht hier ja shit muss ich gegen die kämpfen ja muss ich ich kriege dich ja bist du dir sicher oh wow ok deine schläge sind leicht zu parry da habe ich gar keinen bock drauf werde ich gesagt ich habe zwei fähigkeitspunkte sogar schon äh shit was sind das für dudes eigentlich scanning scanning brüder der nacht achso brüder der nacht krieger geschickt und flink eine starke verteidigung und die aufmerksam genutzung von angriffsmöglichkeiten sind ratsam weiche ihren nicht der blaren über kopf angriffen aus brüder der nacht sind eine männliche krieger und unterspezies die datum ihr beheimatet äh damit datum ihr beheimateten viele jahrhunderte lang wurden ihre einfachen gemeinschaften von schwestern der nacht regiert hexen die über den planeten herrschten während der klonkriege aber dezimiert wurden die territorialen fremden gegenüber extrem feindseligen kämpfer in reihen der außerordentlichen akrobatisch wendig und eine vielzahl von kaufstechniken bewandert alles klar ok ja aber zwei punkte ne ich würde sagen wir müssen mal zurück oh oh ok nein tue ich nicht du zu das vorangst weil ich die macht benutzen kann und du nicht ok let's see what you got mate gerade der der hier mit seinem club hier rum schwingt die sonne wilder also wirklich ok aber ich glaube wir sind auf dem richtigen weg leute ich glaube wir sind auf dem richtigen weg ich glaube das ist auch der einzige der weg der uns gerade nein es ist nicht ganz ehrlich ja wenn ich wohl falsch laufen gibt es hier noch andere wege hier längst geht's ja ja sieht gut aus leute sich gut aus ich will mich jetzt hier ausruhen aber brauchst nicht Hallo �däan Schrauben behaupten die typen erledigen darum die blaster master schon ist der blaster master es ist nicht leicht muss man sagen die typen sind okay ich glaube aber wenn man sich dran gewöhnt hat ist von der anderen seite beschlossen danke dafür auf jeden fall wenn man sich von der anderen seite von anderen seiten gewöhnt hat ja lernen sprechen wenn man sich daran gewöhnt hat an die angriffspattern und so dann wird es glaube ich leichter auf jeden fall wenn man hier diesen ort ein bisschen kennt werden ja das sind so fernkampf nicht besonders oder der nacht wohnschütze welche nicht blockbaren angriffe aufgeladen projektile von der nacht sind die brüder nach bilden das gesellschaft menschliche krieger unter spitz ist ja ja fernkampf alter okay der macht hier gleich der macht gleich richtig beim buch offensichtlich aber ich habe die macht was hast du eine krieger boy das ist echt gerade ein bisschen unangenehm dass ich so wenig leben habe wir werden wahrscheinlich bald sterben ich würde sagen wir können auch einfach mal durchlaufen ich setze mich jetzt an den punkt und dann laufen wir ab hier einfach mal durch also durch rennen funktioniert auf jeden fall nicht so viel steht schon mal fest es fehlt dir an überzeugung es fehlt dir an so gut bist du gar nicht und du bist nicht so lebendig so hier müssen wir nach links das weiß ich ich könnte den nicht anvisieren das war ein bisschen ärztend ist ein bisschen ärztend ehrlich gesagt welcher ich bin aber ausgeglichen und habe reflektiert ja ist das das tor ich glaube nicht hier steht natürlich noch einer an der ecke ganz sneaky der boy hallo hallo ich hab ihn getroffen ja und Glückwunsch aber schwierige situation hier an der stelle einfach mal die macht benutzen würde ich sagen ist schon doof wenn man nicht die macht benutzen kann da tut mir auch ein bisschen leider nicht gesagt aber komm wieder her es ist schwierig hast du was gefunden bd1 da ist meintes lackierung ok äh pausenmenü kannst du der äh kannst du damit das gut jesus kann ich bitte das wieder zurückschmeißen nicht auch blocken und die fliegen denn so zurück also wenn die keine unaufbau also können links aufladen schuss machen hallo schießt gut 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 wie war ja den muss ich ausweichen den kann ich nicht blocken ja ok ich kann auch einfach geblockt halten dann ok den block der die wirft die aber nicht zurück hallo lassen sie das bitte tja ridikulus äh ja also hier durchrennen also spätestens hier an der stelle kann man nicht mehr durchrennen da versagt man dann so hier muss ich jetzt gucken ob es hier noch dudes gibt wahrscheinlich hinter der ecke wieder jemand nein die ganze zeit sehr sehr vorsichtig leute it's like playing dark souls for the first time oh wow ok da ist auf jeden fall jemand mit einer so einer wrecking spinne die spinne ist nicht so das problem der dude ist das problem der dude ist das problem der dude ist das problem in der ganzen sache äh wo willst du hin dude wenn wir wieder zurück damit ich eine drop attack machen kann geht doch hallöchen und schau bodyboy ok die spinne ist nicht das problem die ist nicht das problem die kiste bitte öffnen ja d1 was gibt es da drinnen lass doch bd1 erstmal machen neues lichtschwert schalter halten marcus das ist kein neuer crystal ne also ist kein neues keine neue farbe oder die ganze zeit so schiss das hier wieder hinter der nächsten der keiner steht mittlerweile ist der weg halt echt lang und das ist das tor das ist das tor wenn das nicht das tor ist das muss das tor sein und egal dem ist geil also selbst wenn ich jetzt sterbe kann ich hier ah ok das ist natürlich sehr cool überaus nice ja da ist er doch da ist der typ genau mit dem müssen wir nicht reden das machen wir irgendwann anders mal wir müssen hier lang ja und da ist es auch schon na es war doch leichter als gedacht da ist es leute das was ich gesucht habe eine werkbank ja wirklich krasse nahe da am hals und am ohr ne und ja look at that nice doppel lichtschwert leute doppel lichtschwert um das doppel klingen lichtschwert ist ein punktum massenkontrolle her überragend setze machtangriffe ein um größere kürten zu überwältigen und zu besiegen blocken nach der erfolgreichen abwehr eines blaster bolzens weiter um weitere bolzen auf deine gegner zurückzuwerfen das heißt ich kann jetzt jetzt hier ja hier ist hier und dann kann ich die ganze Zeit machen okay aber ich will natürlich noch man ich fände auch ein bisschen weiter modifizieren ich meine wenn wir schon mal dabei sind können auch auch hier habe genau wir haben nur grüne blaue ich bleibe bei grün das ist mit sender europa' tal gesperrt das ist das hier das sind diese okay ich finde die normalen aber eigentlich ich bleibe bei den normalen okay das mit schalter gibt es ja auch neue es ändert das sieht fancy aus das normale das hier das hier ja okay da können wir nichts wenn es ein cooler wenn es ein doppel lichtschwert ist was man aber auch so auseinanderbrechen kann dass man quasi dann wieder sonnen also ein doppel also zwei einzelne lichtschwert hat so in der trainer mal mit dem typen da oben du hast wohl schon die schwester der nacht getroffen offensichtlich und dennoch bist du am leben ein lichtschwert meiner nicht verstecken jetzt verstehe ich wie du überlebt hast wer bist du nein bitte hab keine angst vor mir ich bin nur ein reisender ich studiere die natur der vergangenen kulturen und toten philosophen auch die schwestern der nacht ich studiere vieles die schwester der nacht ja auch sie sie war noch ein kind als der krieg uns heim suchte sie musste mit ansehen wie ihre familie stirbt unangenehm was wisst ihr über diese ruine auch die ja unsagbar alt das ist sie die schwester der nacht und ihre siebschaft sie wurden verführt von der kraft die darin schlummert nein meide sie ansonsten wieder fährt das auch die die oder ihr talking about bitch auf krasse jeli vielleicht werden uns diesen tempel beim nächsten mal angucken vielleicht werden wir aber auch unser wunderschönes neues Doppel-Lichtschwert Zum Glück kann ich den nicht erledigen Mal woanders ausführen Ich will gerade Will Thumbnail-Technisch Ah guck mal das ist doch Thumbnail-Technisch ist das doch Richtig geil Oder ich nehme halt die Schwester der Nacht Das werdet ihr wahrscheinlich auf dem Thumbnail sehen Leute, vielen Dank fürs Zusehen an dieser Stelle Wir haben das Doppel-Lichtschwert Damit ist alles erreicht Was ich in dieser Folge machen wollte Und beim nächsten Mal geht es dann weiter Bis zum nächsten Mal Leute Ciao